Guten Abend. Heute ist Professor Christopher Baum mein Gast auf dem H1-Sofa. Der weltweit renommierte Forscher der Gen- und Zelltherapie ist seit dem 1. April 2013 Präsident der Medizinischen Hochschule Hannover. Und die feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum. Das gibt genug Stoff für ein spannendes Gespräch. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Herr Professor Baum. Sie haben dieses Jubiläum schon im Mai mit den Spitzen von Bund, Land und Stadt gebühren gefeiert. Was ist für Sie denn, was Sie am meisten bewegt mit Blick auf dieses 50-jährige Jubiläum? Das ist schon eine tolle Sache, dass diese Institution in nur 50 Jahren eine so grandiose Entwicklung genommen hat. Heute sind wir einer der Top-Standorte der Medizin in Deutschland. Tolle Leistungen, Forschung, Lehre und Krankenversorgung. Und es gibt auch viele Themen, in denen wir international sehr sichtbar sind. Da werden wir gleich noch drüber reden. Aber mich würde jetzt mal interessieren, es war ja Deutschlands erste eigenständige medizinische Universität. Wie kam es denn eigentlich zu der Gründung? In der späten 50er, frühen 60er Jahre war klar, dass die erwachende Republik mehr Menschen braucht, die eine universitäre Bildung haben. Es gab nicht genügend Universitäten im Land. Gleichzeitig war es die Zeit, in der der Geist der Freiheit zu voller Blüte kam. Und so war es eigentlich eine doppelte Bewegung. Es ging um die Menge der Universitäten, aber auch um einen neuen Reformgeist in den Universitäten, wie er dann später in der 68er-Bewegung deutlich wurde. Aber schon in den frühen 60er Jahren hat man dann festgestellt, es braucht insbesondere mehr Medizinstandorte. Hannover brauchte einen solchen Standort auch für die regionale Versorgung. Und so war es eine glückliche Koinzidenz, dass Reformgeist und lokaler Bedarf zusammen dann die medizinische Hochschule gegründet haben. Das fing ja ganz klein an mit 41 Studenten, sieben Professoren und ich weiß nicht mehr genau, etwas über 100 Beschäftigten. Wo steht die medizinische Hochschule denn heute? Nun, wir sind ein wenig gewachsen. Wir haben jetzt über 3.300 Studierende, 170 gut Professoren, über 2.000 wissenschaftliche und ärztliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Hochschule und an die 10.000 Beschäftigte. Aber es geht ja nicht nur ums Wachstum alleine, es kommt vor allem auf die Inhalte und die Leistungen an und es geht auch um die Nachhaltigkeit der Entwicklung. Es gibt ja immer so Rankings. Wo steht die Universität so als Forschungsuniversität oder in der Bewertung, sagen wir mal, der medizinischen Universitäten? Es gab im letzten Jahr ein Gutachten für die Bundesregierung von einer Expertenkommission für Forschung und Innovation in Deutschland. Die hat die medizinische Hochschule unter den Top 5 Einrichtungen in Deutschland gesehen, auf Augenhöhe mit Berlin, München, Heidelberg und Tübingen. Glückwunsch, können wir ja in Hannover stolz drauf sein. Allerdings, ja. Sie sagten es eben im Einstieg schon so ein bisschen, es ist ja ein ganz toller Dreiklang, Forschung, Lehre, Patientenversorgung auf allerhöchsten Niveau. Wir werden da gleich ausführlich drüber sprechen. Aber jetzt interessiert uns doch erstmal der Präsident, die Person des Präsidenten ein wenig mehr. Wir haben so ein kleines Ergänzungsspiel hier in der Sendung, 10 Sätze ergänzen. Ich werfe sie Ihnen jetzt mal eben schnell zu. Ich lebe gern in Hannover, weil? Weil man hier alles findet, was man für ein gutes Leben braucht. Mein schönster Platz in Hannover ist? Da würde ich gleich drei nennen. Also einmal die Herrenhäuser Allee wegen der tollen Tiefenperspektive, Wilhelm Busch Museum und auch die Kamberländsche Galerie. Haben Sie Zeit für diese drei Dinge überhaupt? Die Zeit muss man sich nehmen, ist ja immer eine Frage der Prioritäten. Aber ja, ich habe dafür Zeit, zumal ich auch nah am Georgengarten lebe. Ah, mein Lebensmotto lautet? Mein Lebensmotto ist, dass es immer lohnt, noch ein bisschen tiefer in die Dinge hineinzuschauen und nicht gleich oberflächlich stehen zu bleiben. Glück bedeutet für mich? Glück bedeutet für mich, ja, dass ich in der Lage bin, den Menschen, die ich liebe, etwas Gutes zu tun. Meine wichtigste Eigenschaft ist das? Dass ich durchaus dieses Interesse habe, in die Entwicklung hinter den Dingen tiefer reinzuschauen. Meine heimliche Schwäche ist es? Ja, vielleicht, dass ich dann häufig mich mit einigen Erklärungen zu früh zufrieden gebe. Mein erstes Geld verdiente ich? Das war noch als Schüler, als Zeitungsbote, bis ich dann allerdings ein paar Hunden begegnete und dann hat es mir nicht mehr so viel Spaß gemacht. Am besten erhole ich mich? Bei Bewegung. Ich jogge gerne oder fahre gerne Rennrad oder mache auch mal gerne einen guten Spaziergang oder auch geistige Bewegungen lesen, Musik hören, Theater. Es gibt auch so ein schönes Foto. Die Mannschaft der MHH spielt gegen die Landtagsmannschaft. Haben Sie auch eine kleine Vorliebe für Fußball oder ist das nicht so ganz Ihr Ding? Doch, schon. Ich habe als Kind viele Leichtathlete gemacht, da haben wir immer Fußball in den Trainingspausen gespielt. Da bin ich später in den Fußballverein gegangen, aber meine Stärke war mehr das Laufen als die Technik. Insofern habe ich aber ein gewisses Faible für den Sport erhalten und spiele so ab und zu mal noch selten. Die Verletzungsgefahr ist zu groß. Das ist auch eine tolle Sache, solche Mannschaften. Ich glaube daran, dass? Ich glaube daran, dass es etwas gibt, was wir nicht so einfach erkennen können. Was es hier aber zu erkennen lohnt. Meine größte Sorge ist es? Meine größte Sorge ist es, dass es vielleicht auf der Welt so viele Menschen gibt, die anderen Menschen das Leben nicht gönnen. Danke für die Antworten. Ich würde jetzt mal gerne wissen, warum haben Sie eigentlich Medizin studiert? Das kam eigentlich aus einer Mischung aus familiärer Prägung und wirklich gewachsenem eigenen Interesse. Meine Mutter war Apothekerin. Ich war schon früh konfrontiert mit laborartigen Umgebungen, wenn wir als Kind dort mit waren, wenn sie eine Ferienvertretung in einer Apotheke gemacht hat. Das hat mich vom Kind auf fasziniert. Und später dann die Wissenschaft vom Leben. Das war das, was mich angezogen hat bei der Medizin. Sie sind ja nun Spezialist für Gentherapie. Warum haben Sie sich für dieses Gebiet entschieden? Beziehungsweise können Sie auch vielleicht mal ganz kurz erklären, was das ist? Ja, das war damals eigentlich beinahe ein bisschen Zufall. Ich hatte mehrere Projekte zur Auswahl am Ende meines molekularbiologischen Aufbaustudiums. Ich habe nach Medizin noch ein vertiefendes Aufbaustudium draufgesattelt. Darunter war auch eins zur Gentherapie. Das war 1992. Da gab es noch kaum Menschen, die sich damit beschäftigten. Aber es hatte mich sofort fasziniert und ich bin dann auch dabei geblieben. Und ja, bei der Gentherapie geht es darum, dass man Therapie dadurch durchführt, dass man den Zellen neue Erbinformationen überträgt. Die Erbinformation steuert das Zellverhalten. Wenn die Zellen dann im Körper die gewünschte Funktion ausüben, hat man ganz neue Möglichkeiten, Krankheiten zu beherrschen, unter anderem seltene genetische Erkrankungen. Eine ganz spannende Sache. Und da fällt mir doch gleich die Frage ein, Sie haben engagiert geforscht. Sie haben, ich sagte, schon weltweites Renommee. Nun haben Sie aber als Präsident eine eher administrative Tätigkeit. Ist Ihnen der Abschied von der Forschung nicht schwer gefallen? Schon. Aber wenn man tiefer in das Amt hineinkommt, stellt man fest, dass es einige Themen hat, die eigentlich ganz ähnlich sind wie früher in der Forscherkarriere. Also auch jetzt geht es für mich sehr darum, dass ich meine Entscheidungen auf der Basis der richtigen Daten treffe. Wenn ich nicht die richtige Datengrundlage habe, kann ich keine guten Entscheidungen treffen. Und ich muss die Daten teilweise selbst erarbeiten mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Präsidialamt. Und der andere Punkt, dass es natürlich darum geht, den Riecher zu haben für die richtigen, wichtigen Entwicklungen. Und da ist das Forscherleben gar nicht so anders als das Präsidentenleben. Was hat Sie denn so bewegt, als Sie die Amtskette von Ihrem Vorgänger Bitter-Sürmern übernahm? Na, der erste Gedanke war, um Gottes Willen, hoffentlich verlege ich das Ding nicht irgendwo. Ist es schwer, die Amtskette? Oder wann tragen Sie die überhaupt? Ich bin es ja auch nicht gewohnt, Ketten zu tragen. Und diese Kette ist durchaus schwer. Und ja, sie wird bei ganz besonderen Anlässen getragen, mal bei einer Promotionsfeier, beim Jubiläum, bei solchen Ereignissen. Sie sind ja für sechs Jahre gewählt. Können Sie sich vorstellen, danach in die Forschung zurückzukehren? Schon. Ich versuche auch, mein Wissen aktuell zu halten in meinem Forschungsgebiet. Und es ist auch immer besser, man hat zwei Optionen. Man kann auch gewisse Entscheidungen nicht, sagen wir mal, vernünftig treffen, auch im jetzigen Amt, wenn man jetzt schon auf eine Verlängerung schielen würde und immer sich nur nach dem guten Willen der Umgebung richten würde. Sie haben zwei erwachsene Töchter. Haben Sie mit denen über Ihre Entscheidung gesprochen, aus der Forschung in die Administration zu wechseln? Für meine Töchter war es ja eine Frage, wo ich sein würde, weil ich zu der Zeit ein Angebot aus Frankfurt hatte. Und sie fanden es dann doch besser, wenn ich hier oben im Norden bleibe. Einer Ihrer Töchter, das habe ich jetzt erst erfahren, verdanken wir eine ganz tolle Sache an der MHH, nämlich das freiwillige wissenschaftliche Jahr. Erzählen Sie mal kurz, was das ist und wie erfolgreich das inzwischen bei jungen Leuten ist. Ja, das ist eine besondere Gestaltungsform des freiwilligen sozialen Jahres. Das war 2011. Sie stand vorm Abitur und sie hatte eine Gruppe von Freundinnen und Freunden zu Hause. Und bei dem Gespräch, bei dem ich dabei war, fiel auf, dass viele nicht wussten, was sie nach dem Abitur tun sollten. Das war dieser verkürzte Jahrgang, die nach zwölf Jahren Abitur machten. Und dann habe ich mich gefragt, warum es eigentlich kein Angebot in der Wissenschaft gibt. Da hat das Gespräch von damals im März statt und wir haben dann an der MHH ganz schnell geschaltet. Die Gremien arbeiten sehr schnell an der MHH und wir haben zum ersten Mal in Deutschland dann ein freiwilliges soziales Jahr in der Wissenschaft angeboten. Und das wird sehr gut angenommen, wie ich gehört habe? Ja, genau. Es wissenschaft jetzt sozusagen erst Kontakt, noch bevor man studiert, über die Menschen, über die Teams, über die praktischen Fähigkeiten, die man dort lernen muss. Es wird sehr gut angenommen, sind über 50 Plätze, die wir und die Partner in Hannover und Braunschweig jedes Jahr anbieten. Und wir haben mehrere hundert Bewerbungen darauf. Hat Ihre Tochter das freiwillige wissenschaftliche Jahr auch gemacht? Oder beide? Nein, nein. Es gab bei mir da auch ein reines Gewissen. Sie war da schon festgelegt. Sie hat ein freiwilliges soziales Jahr in einem Behindertentheater gemacht. Noch eine kurze Frage, ehe wir über die MHH sprechen. In der 50-jährigen Geschichte gab es nur einmal eine Rektorin, hieß es damals noch nicht, Präsidentin. Ist die MHH so ein bisschen frauenfeindlich? Nicht die MHH. Die Medizin ist traditionell sehr männerdominiert. Aber wir haben an der MHH schon unter meinem Amtsvorgänger, Prof. Bitter-Surmann, eine sehr aktive Gleichstellungspolitik, auch von der Gleichstellungsbeauftragten, Frau Dr. Mimitz, sehr stark vorangetrieben. Und man sieht gute Erfolge. Es gibt Mentoring-Programme. Es gibt ja andere Unterstützungsprogramme für Frauen, die Karriere machen. Und wir haben zum Beispiel bei den Habilitationen, also die Qualifikationen für eine Professur, wenn man so will, jetzt schon 40 Prozent fast erreicht. Immerhin haben Sie auch eine Vizepräsidentin inzwischen. Ja, das war mir auch sehr wichtig. Hier konnte ich selber mitreden. Aber hier ging es natürlich primär um die Qualifikationen. Und es war dann ein sehr willkommener Zufall, dass die bestqualifizierte Person eine Frau war. Das ist ja immer der ewige Zwiespalt. Keiner will eine Quotenfrau sein, sondern man möchte durch die Leistung in ein Amt kommen. Und darum finde ich das auch wichtig, dass Sie das jetzt nochmal betonen, dass die Leistung war, dass sie Ihre Vizepräsidentin würde. Jeden Tag für das Leben ist der Slogan der MAH. Warum haben Sie diesen Slogan gewählt? Der Slogan existierte schon vor meiner Amtszeit. Ich finde ihn sehr gut, weil er eigentlich zwei Dinge zeigt. Es geht einmal um die Patienten, die an die Hochschule kommen, um versorgt zu werden. Und es geht auch um die Wissenschaft vom Leben in der Medizin. Und dieser doppelte Auftrag, der ist in dem Slogan sehr schön abgebildet. Leben zu retten ist ja eine der vornehmsten Aufgaben eines Mediziners. Sie haben die modernsten technischen Möglichkeiten dazu. Aber manchmal hilft das alles nichts. Wie sehr belastet Sie das, wenn Sie ein Leben eines Patienten auch mit den modernsten Möglichkeiten nicht mehr retten können? Ja, das ist immer ein schwieriger Moment natürlich. Und das kennt man seit dem Krankenpflegepraktikum oder aus familiären Situationen. Wenn man Mediziner ist, natürlich wird man früh damit konfrontiert. Man muss lernen, damit umzugehen. Und man muss dann auch akzeptieren, dass dann Technik und Wissenschaft ab einem gewissen Punkt nicht mehr weiterhelfen. Und in der Universitätsmedizin müssen wir auch für solche Momente dann eine würdige Umgebung schaffen. Sie kümmern sich ja mit großem pflegerischen Aufwand auch um Ihre Patienten. Da kommt auch schon mal der Klinik-Clown zu den Kindern. Vielleicht frage ich trotzdem mal ein wenig provokativ. Wie intensiv kann denn Patientenfortsorgung, Betreuung noch sein, wenn exzellente Lehre und Forschung eigentlich zu den wichtigsten Aufgaben einer Institution gehören? Das ist überhaupt kein Widerspruch. In meinen Augen, und das wird auch in der Maha nicht als Widerspruch wahrgenommen, wenn man exzellente Medizin auch auf der Qualitätsebene, der menschlichen Ebene leisten will, dann muss man Vorbild sein für die Studierenden. Und das kann man nur als authentisches Vorbild darstellen. Das kann man nicht aufsetzen und vormachen. Insofern ist das ein Auftrag an jeden Arzt, jede Ärztin in der Hochschule, das vorzuleben. Und die Wissenschaft stört hier auch nicht. Das einzige Problem ist, dass man nicht genügend Zeit hat. Das Kernproblem ist Zeitmanagement. Und das wird leider durch unser fallpauschalen System der Vergütung sehr verschärft. Wir müssen dringend Freiräume schaffen, dass Forschung und Lehre genügend Zeit haben. Dann können mögliche Konflikte von vornherein vermieden werden. Ja, der ökonomische Druck auf Ihre Universität wächst. Ich würde gerne aber erst mal über das sprechen, was dort geleistet wird, ehe wir auf die finanziellen Sachen zu sprechen kommen. 50 Jahre MAH. Der medizinische Fortschritt ist ja immens in dieser Zeit. Was ist für Sie der größte medizinische Fortschritt, den man geschafft hat in diesen 50 Jahren? Naja, es ist immer noch natürlich, was wir in der Pädiatrie schaffen, immer noch die weitere Senkung der Kindersterblichkeit, die in den letzten 50 Jahren geschafft wurde. Die enormen Fortschritte auch dann der frühgeborenen, neugeborenen Medizin. Das ist ein sehr wichtiger Bereich. Dann natürlich die Infektionsmedizin, die Prävention und auch die Intervention bei Infektionserkrankungen. Und dann geht es natürlich weiter. Die Schmerzmedizin ist enorm vorangekommen. Und ganz besonders natürlich von meinem eigenen Fachgebiet her die molekularen Möglichkeiten, die sich heute ergeben. Wir können Krankheiten viel genauer an ihrer eigentlichen Wurzel therapieren, als wir das noch vor wenigen Jahren konnten. Richtig Pionierarbeit geleistet weltweit hat die MAH ja in der Transplantationsmedizin und bei den sogenannten Cochlea-Implantaten, die wieder Hören ermöglichen. An welchen Visionen forschen Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denn zurzeit so an der MAH? Naja, das ist ein riesiger Kosmos an Forschungsprojekten, der da stattfindet. Da sind ja allein über 100 Millionen Euro an sogenannten Drittmitteln, die umgesetzt werden in den Projekten. Aber natürlich gibt es Leuchtturmprojekte. Da geht es, wenn man mal vom Kopf startet, die Kunst des Hörens sozusagen ist ein Riesenthema. Neue Formen der Hörversorgung, Cochlea-Implantate eben. Dann neue Herzklappen, neue Methoden der Regeneration des Herzmuskels über neue Wachstumsfaktoren, die entdeckt werden. Neue Gen- und Zelltherapien für das Immun- und Blutsystem. Neue Formen der Infektionstherapie für die Leber. Aber man kann ganz viele hervorragende Leistungen nennen. Die MAH wäre auch zu kurz dargestellt, wenn man jetzt das auf ganz weniger reduziert. Ja, ich versuche es doch nochmal darauf zurückzukommen, obwohl ich natürlich ein medizinischer Laie bin. Aber Sie helfen sich ja, es zu verstehen. Die MAH ist ja hoch anerkannt in der Exzellenzinitiative der Bundesregierung. Das eine Projekt haben Sie eben schon angedeutet, Cochlea-Implantate. Hier Hearing for All und das andere ist das Projekt Rebirth. Es wäre ganz toll, wenn Sie erklären könnten, was hinter diesen beiden Projekten steckt, die da so eine hohe Anerkennung erfahren. Die Exzellenzinitiative heißt ja, dass hier Forschung stattfindet, die im nationalen Wettbewerb sich als besonders hochrangig hat entwickeln können. Wurde von internationalen Gutachtern angeschaut, auf besondere Entwicklungspotenziale geprüft und auch auf die Relevanz für die Gesellschaft. Und wir haben zwei solche Exzellenzprojekte an der Hochschule. Das eine im Bereich der Hörforschung zusammen mit der Universität in Oldenburg. Eine sehr schöne Brücke, die da gebaut wird. Die ergänzen sich sehr gut, die beiden Standorte. Und das andere große Thema ist regenerative Medizin als Möglichkeit, bald vielleicht Transplantationen überflüssig zu machen. Das heißt durch Züchten neuer Organe? Und ultimativ ist das sozusagen der Traum, den man ja schon im Faust lesen kann, dass das ein Thema werden könnte für die Menschen und für die Medizin. Das findet auch schon statt. Und wir haben erste Anwendungen durch künstliche Herzklappen, die sehr gut funktionieren. Wir haben erste Anwendungen eben auch in der Zell- und Gentherapie oder die schon erwähnten Wachstumsfaktoren, die entdeckt werden, die neue Perspektiven bieten. Wenn man das hört, müsste man doch eigentlich meinen, die Politiker müssten diese Wissenschaft, die sie betreiben, aufs Äußerste päppeln, weil sie ja den Standort Bundesrepublik Deutschland hervorheben und als Spitzentechnologie-Standort sehr stärken. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir waren eben schon kurz bei dem Thema. Sie stehen unter großem ökonomischen Druck und Sparzwang. Bei Ihrem Amtsantritt drohte ein Defizit von 40 Millionen in der MAH. Wie gehen Sie denn mit diesem Druck des Sparens um? Was können Sie tun, um ihn abzumildern? Erstmal ist die Ursachenanalyse wichtig. Woher kommt das Defizit? Der Löwenanteil kommt schon aus der Krankenversorgung. Das heißt, wir leisten mehr, als wir Analysen erzielen. Die Preise können wir nicht selber festlegen. Die sind im System diktiert. Und es betrifft uns wie alle anderen über 30 universitären Standorte. Die Mehrleistung der Qualität und der Innovation, die ist nicht auskömmlich refinanziert. Und die kann man nicht abbilden in dem Landeszuschuss für den Bereich Forschung und Lehre. Das sind genuine Leistungen in der Krankenversorgung, die aus dem Kassenerlössystem nicht refinanziert sind. Da sind wir in einem wettbewerblichen Verfahren, wie alle anderen Krankenhäuser in Deutschland auch. Und wir brauchen hier dringend eine Änderung des Finanzierungssystems. Fühlen Sie sich nicht manchmal, wenn Sie die ganzen Sonntagsreden über Bildungsstandort, Bildung, unser äußerstes Ziel, fühlen Sie sich nicht manchmal von der Politik in Stich gelassen? Es ist schon so, dass man viele Worthülsen entdeckt und man sich wundert, warum nicht mehr getan wird. Also es betrifft ja nicht nur die Medizin, es betrifft ja alle Bereiche der universitären und Fachhochschulwelt. Es ist ein riesiger Baubedarf, Sanierungsbedarf in diesem Bereich. Und auch die Grundausstattung für wissenschaftliche Mitarbeiter ist zu gering. Die Studierendenzahlen steigen weiter, während die Grundausstattung mehr oder weniger nur inflationsbereinigt maximal stagniert. Also das Betreuungsverhältnis für die Studierenden wird immer schlechter. Da muss sich etwas tun. Fordern Sie sozusagen eine Novellierung der Hochschulgesetzgebung? Es ist dort, da muss man darauf achten, dass die Freiheit erhalten bleibt, die Entwicklung für die einzelnen Standorte. Wir sind gerade in einer Phase, wo sich die Universitäten mehr voneinander unterscheiden und ihre eigenen Profile entwickeln. Das muss unter größtmöglicher Freiheit geschehen. Aber man muss vor allen Dingen an der Grundfinanzierung arbeiten. Das ist weniger eine Aufgabe der Hochschulgesetze als eine Frage, wie der Bund und die Länder ihre Finanzen steuern. Laut Zielvereinbarung sollen Sie ja in diesem Jahr ein erstes ausgeglichenes Quartal wohl vorlegen. Sagen wir es doch einfach mal konkret. Wie viele Stellen haben Sie inzwischen schon gekürzt? Wie viele Ausgaben oder welche Ausgaben haben Sie gestrichen? Und kommen Sie diesem Ziel überhaupt nahe, trotz aller Anstrengung? Naja, wir spüren ja den Hauch des Finanzministeriums im Nacken. Die natürlich nicht wollen, dass ein Landesbetrieb wie wir unkontrolliert Schulden macht. Das kann ich auch verstehen. Am Ende geht die Last an die Steuerzahler, an die Folgegenerationen. Insofern nehmen wir den Auftrag an, so schmerzlich das ist. Und wir müssen jetzt Prozesse identifizieren, wo wir sparen können, ohne dass Qualität und Innovation leiden. Bisher ist uns das ohne großen Personalabbau gelungen, durch Sparen im Sachmittelbereich oder durch Optimierung von Prozessen. Nur wenn wir noch weiter sparen müssten, dann ging es ans Eingemachte. Haben Sie sich manchmal bereut, dass Sie Präsident geworden sind und sich mit solchen Sachen rumschlagen müssen? Ja, das ist auch nicht so anders als früher in der Institutsleitung. Da muss man auch ökonomisch wirtschaften. Und den Auftrag muss man einfach annehmen. Da kann man nicht sagen, das ist jetzt etwas, was mir zu belanglos ist, um mich damit zu beschäftigen. Ich glaube, wir brauchen eine gute Balance von Akademie und Ökonomie. Dann haben wir auch die Autorität, die Dinge voranzutreiben, für die wir stehen. Bereut habe ich das nicht. Ich wusste, dass die Probleme da relativ groß sind. Aber man hat ja auch starke Teams um sich herum. Ich möchte nochmal aus Patientensicht fragen. Wir haben gesprochen über nachwachsende Herzklappen, mögliche Züchtung von Organen, Hören durch Cochlea-Implantate. Alles ganz tolle Sachen. Aber kann das alles beim Patienten Max Müller, sage ich mal, ankommen? Oder ist unser Gesundheitssystem gar nicht darauf eingerichtet, das medizinisch Machbare auch zu den Menschen zu bringen? Man muss sicherlich darauf aufpassen, dass die Preisgestaltung einer gewissen Kontrolle unterliegt. Therapien, neue Therapien dürfen nicht zu teuer werden. Man muss sehr darauf achten, ob die Gewinnmargen von den Firmen zu hoch angesetzt werden. Innovation auf der anderen Seite muss sich auch lohnen und irgendwo dazwischen muss man die Balance finden. Wenn die Therapien besser werden, sind sie gesamtökonomisch auch besser, weil natürlich die Menschen schneller wieder arbeiten können, dauerhafter versorgt sind, höhere Lebensqualität haben, was insgesamt für die Volkswirtschaft sicherlich nur Vorteile hat. Aber es hat das Gesundheitssystem doch schon, sagen wir mal, sehr verteuert, was alles machbar ist. Eine Transplantation, was kostet sie? Ja, das kann man so genau in Euro gar nicht zahlen, weil es hängt zum Ausrechnen, weil es natürlich von dem Organ abhängt, von der Grundkondition des Patienten. Aber das sind schon fünf- bis sechsstellige Summen, die solche Eingriffe dann erfordern in der Gesamtversorgung eines einzelnen Patienten, keine Frage. Sie haben 13.000 Organe schon transplantiert in der MAH in der 50-jährigen Geschichte, eine große Erfolgsgeschichte. Die MAH ist auch der größte Landesbetrieb Niedersachsens. Und wenn wir jetzt schon mal vom Geld sprechen und den großen Problemen, die sie haben, muss man aber auch mal die Kehrseite der Medaille sehen, dass sie auch für den Standort Hannover ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor sind. Vielleicht sollten die Hannoveraner mal erfahren, was die MAH, das Gesundheitswesen, auch für diese Stadt bedeutet. Ja, das kann man auch genau belegen. Also wir haben einen Jahresumsatz von bald 900 Millionen Euro. Und ein Wertschöpfungsgutachten hat uns nachgewiesen vor einem Jahr, dass für jeden Euro, der hineinkommt in die MAH, praktisch ein halber Euro an Wertschöpfung für die Stadt und die Region geschaffen wird. In Arbeitsplätzen kann man das auch umsetzen, mindestens für jeden Arbeitsplatz. Das, der in der Hochschule entsteht, entsteht mindestens ein halber Arbeitsplatz zusätzlich in der Stadt und in der Region. Also bei 10.000 Arbeitsplätzen knapp oder ungefähr 8.000 Vollzeitkräften sind das schon eine Menge Arbeitsplätze, die hier für die Region entstehen. Das ist ja echt ein gewichtiger Faktor, aber Sie machen ja noch mehr. Die MAH ist führend bei der Initiative Wissen Stadt Hannover. Was steckt denn eigentlich hinter dieser Initiative dahinter? Das ist eine Initiative, die meines Wissens noch von Herrn Weil begründet wurde, als er Oberbürgermeister war. Und wo es darum ging, die Region, die Stadt Hannover als Wissenschaftsstandort, universitären Standort bekannter zu machen. Wenn man genauer hinschaut, sind wir einer der größten Standorte in der Republik. Wir haben ungefähr 40.000 Studierende, mehrere Hochschulen, Fachhochschulen. Darf ich mal kurz zu fragen, wo kommen die Studierenden her? Sind das vorwiegend Hannoveran oder kommen die aus ganz Deutschland? Wir kommen überall her. Es sind, glaube ich, ungefähr 10 Prozent der Studierenden auch international in Hannover. Und das ist genau dann der Clou für die Stadt. Die Stadt hat die demografische Entwicklung, dass die Bevölkerung im Durchschnitt älter wird. Die Studierenden schaffen oder sind jung im Regelfall und verjüngen natürlich die Stadt damit. Und die Stadt öffnet sich darüber, dass die Menschen weit jenseits der Region anzieht. Also es ist ein Win-Win. Und diese Initiative sorgt dafür, dass Hannover als universitärer Standort sichtbarer wird. Es heißt so, Fachmensch, Sie wollen die Identität als Wissenschaftsstadt stärken. Da gibt es so zum Beispiel alle zwei Jahre den November der Wissenschaft. Was haben Sie denn noch für praktische Ideen, um an der Identitätsstärkung mitzuwirken? Ja, wir machen ja gemeinsam mit den anderen hannoverschen Universitäten eine Kinderuniversität. Dann gibt es natürlich viele Aktionen im Bereich Lehrerbildung. Schüler, die an die Hochschule kommen für Praktika. Das Freiwillige Wissenschaftsjahr, darüber haben wir schon gesprochen. Dann gibt es zum Beispiel die Patientenuniversität, eine MAH-Erfindung, die ganz toll ist, weil sie Wissen über die Gesundheit in die Bevölkerung trägt. Ganz generell, glaube ich, gibt es noch viele Formate, wo wir Universitäten stärker in die Gesellschaft gehen können und dafür sorgen, dass wir nicht mehr im Elfenbeinturm arbeiten. Wir haben ja viele Universitäre oder Hochschuleinrichtungen. Was kann man denn eigentlich so gemeinsam schaffen? Sie arbeiten ja zum Beispiel mit der Leibniz-Universität auch in dem Projekt Rebirth zusammen. Steckt es auch dahinter, dass man die Kräfte dieser Stadt noch besser bündeln könnte, sollte, müsste zum Wohle der Menschen? Ja, klar, also Wissenschaft ist immer sehr gesellschaftsbezogen, auch wenn man das auf den ersten Blick gar nicht so sieht. Am Ende geht es um die Beantwortung von Fragen, die sich aus der Gesellschaft und den Menschen entwickeln. Und man kann wirklich innovative Wissenschaft nur an den Grenzen der Disziplinen machen. Und deswegen ist wichtig, dass wir von der Medizin mit den Technikern, den Ingenieuren, aber auch den Geistes- und Sozialwissenschaftlern von der Leibniz-Universität eng zusammenarbeiten. Herr Professor Baum, wenn Sie so eine Vision schildern sollten, wie wäre Ihre Vision A für die Wissensstadt Hannover und B für die nächsten 50 Jahre der Medizinischen Hochschule? Ja, für die Wissensstadt Hannover stelle ich mir vor, dass wir, wenn wir am Bahnhof ankommen, Schilder sehen, die zu den Universitäten weisen. Und auch die Medizinische Hochschule noch deutlich sichtbarer ist in der Stadt. Wir sind ja leider etwas in der Randlage. Und generell für die Region glaube ich, dass wir in Hannover und vielleicht sogar gemeinsam mit Braunschweig haben wir das Zeug, dass wir einer der Top-Standorte national werden können mit internationaler Ausstrahlung. Das muss das Ziel sein. Es ist alles schon da. Es geht vor allen Dingen hier auch um Sichtbarkeit. Vielleicht allerletzte Frage. Können Sie auch so eine medizinische Vision entwickeln für die nächsten 50 Jahre? Ja, die medizinische Vision hat sehr viel mit besserer Prävention zu tun. Ich glaube, wir steuern auf eine Gesellschaft zu, in der wir bald eine Lebenserwartung von 100 Jahren haben werden. Und es gibt den schönen Satz eines Jazzmusikers, der 1993 gestorben ist, im Alter von 100 Jahren, der gesagt hatte, wenn ich gewusst hätte, wie alt ich werde, dann hätte ich besser auf meine Gesundheit geachtet. Und das zeigt eigentlich, wie wichtig Prävention ist. Wir müssen Prävention in die Schulen tragen, an den Universitäten, an den Arbeitsplätzen. Dann machen wir vieles richtig. Und das ist auch ein Thema, was weit über die Medizin hinausgeht. Ja, da wünsche ich Ihnen für diese vielen Aufgaben noch viel Kraft. Vielen Dank. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Danke mich auch. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, machen Sie es gut.